hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play my time at sandrock mein name ist jamie tokesan und ich begrüße euch recht herzlich hier auf dem kanal so sandgras ernten warte bis zur nächsten woche dann schauen wir doch mal ob wir uns noch eine neue mission angeln können Oh, die Hand tanzt. Gibt's ja eigentlich auch. Na, ich gucke mal, ob wir uns noch einen neuen Auftrag beschaffen können. Hätte ja klappen können. So. So, dann schauen wir doch mal, was jetzt auf uns wartet. An Aufträgen. An Aufträgen. An Aufträgen. Bewohner von Sandrock. An Aufträgen. Belastet. Heute ist Samstag. Ja, und offenkundig sind alle Ein- und Ausgänge aktuell gesperrt. Das wäre halt schon, aber den kann ich aktuell noch nicht. Danke schön, danke schön. 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 Okay, wir haben Wasserproblem, Apokon Wasser, wie sieht es mit meinen Rohrätten aus? Halt, da wollte ich hin. So, das heißt, die kann ich da dann erstmal rein. Zack. Okay. Okay. Ebel, Ebel. Wir sehen dich. Okay, ich würde dann einfach hingehen und ein bisschen Material sammeln. Okay, wenn ich an Material denke. Okay. 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 Okay, so... Okay. Lass sogar der okay 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 Hier kann dann noch Das mit rein Und Das mit rein Okay Gummireste Die kann man noch als fehlbar betrachten Okay 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 Okay, hab ich anscheinend schon mal aufgenommen. Okay, hab ich anscheinend. Ah ja, da haben wir noch Gummi-Reste. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen das Totholz auseinander. Ja. 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 An dieser Stelle bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.